Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Windows Tutorial und heute zeige ich euch wie ihr eine ZIP Datei ohne ein extra programm nur mit Windows Board Mitteln erstellen könnt und das geht ganz einfach hier einfach eure Dateien die ihr gerne zippen möchtet markieren dann einen rechtsklick drauf machen und senden angehen und hier den ZIP komprimierten Ordner auswählen anschließend wird hier das ZIP erstellt hat den Namen von der ersten Datei und wir können es entsprechend hier umbenennen und schon sind wir eigentlich schon fertig wir haben hier unsere ZIP Datei einmal ein Doppelklick drauf und wir sind in unseren ZIP drin und unsere ganze Arbeit hier ist eben fertig unser ZIP ist erfolgreich erstellt so einfach kann es gehen so einfach kann man hier ein ZIP mit Windows Board Mitteln erstellen und ich hoffe ich konnte euch damit etwas beibringen bis dennne tschüss und ich hoffe ich glaube ich hoffe ich hoffe ich sehe mich zu euch dass wir uns hier einigen oder wir sind da auch